Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Jedes Jahr Anfang Februar widmen wir Freien Wähler uns der Königsdisziplin des Bayerischen Landtags, dem Haushalt. Der ist mit rund 71 Milliarden Euro in diesem Jahr besonders umfassend. So geben wir allein für Bildung und Hochschule 24,6 Milliarden Euro aus, mehr als ein Drittel des Gesamthaushalts. Außerdem haben wir unseren Koalitionspartner endlich davon überzeugen können, die Gehaltsstufe A13 als Einstiegsgehalt für alle bayerischen Lehrkräfte einzuführen. Denn nach den harten Jahren der Pandemie ist es uns ein ganz besonderes Bedürfnis, Bayerns Pädagogen ein Signal der Anerkennung zu senden, das mit ausreichenden Finanzmitteln hinterlegt ist. 1,5 Milliarden Euro umfasst der Härtefallfonds Bayern. Er fängt die Energiemehrkosten für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kitas und das Ehrenamt auf. Die Vereinspauschale verdoppeln wir in diesem Jahr zusätzlich zu unserer Beistandsoffensive für gemeinnützige Vereine und Organisationen. 300 Millionen Euro stecken wir in die Hightech-Agenda und noch einmal 147 Millionen in die Technologieförderung. Bayerns Energie- und Klimapakt kann sich ebenfalls sehen lassen. Der Freistaat verstärkt den Ausbau von Wasserstoff, Bio-Wärme, Windkraft und Photovoltaik mit rund 500 Millionen Euro. Und dann gibt es noch die Fraktionsinitiativen, die wir diese Woche gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern vorgestellt haben. 70 Millionen Euro für Projekte, die uns besonders am Herzen liegen, etwa für Bayerns Dorferneuerung, die Ausbildung von mehr Notfallsanitätern und eine Qualitätssteigerung in der Pflegeausbildung. Meinem Kollegen und Haushaltsexperten Bernhard Pohl bin ich sehr dankbar dafür, dass dieser Haushalt erneut ohne Aufnahme neuer Schulden gelungen ist. Damit setzt die Bayern-Koalition starke Impulse, um die wirtschaftlichen Folgen von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie bestmöglich abzufedern. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.